ja Euro bis 60 Prozent mit den Scharfschützen wäre gut hat dreimal geschossen hat hier in ihr lagen 4 Siege ein ein Unentschieden 3 Siege und 3 Niederlagen nach der Zeit ein gutes Team bitte ein Team was in sich trägt oder Vorsicht Bumba steht da angeschrieben ich schaue mal ob mal Kollege und ein Netzwerk könnten wir noch ein dazu bekommen mit Mörting Kill Highlight kriegt er das mal mit mit Mörting ein Dreifach Kill hinbekommen da sieht man schon wie schlecht unser Team war aber hätte May nicht die Scheiße gebaut hätten wir gewonnen schätze ich was 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 Warte, warte mal. Öffne Steam. Ist nicht online. Was sind? Der Kollege. Die Jaina. Was war denn das jetzt? Eure feistes Geräusche wieder. Hätten wir es gehört? Ja, der Süßigkeiten hätte ich gern als Eigen. Oder Jaina. Das finde ich gut. Wer ist Jaina? Ja, wo ist es denn? Guck mal am Eigen. Ja, ich gucke. In dem Bereich, wo man das raussuchen kann. Da ist eine mit langen Haaren und vorne so eine Strähne. Die heißt Jaina. Also ich nur ohne N nach dem ersten A. Und für Strähnen. Unter dem Scooter neben der China-Fahne. Ja, da muss ich die China-Fahne oder China-Fahne. Ja, da muss ich die China-Fahne oder China-Fahne, Japan. Da. Und die hat es bei mir anders angeordnet. Ja. Was für eine Farbe hat es heute? Lealer Hintergrund. Äh. Gratiskisten öffnen. Noch eine Helde, ne? Ja, die ist auch angekündigt. Wenn die kommt, nehme ich nur noch die. Melden Sie den, hey. Ich nehme nur noch die. Ach, nee. Weißt du was? Aber niemand weiß warum. Ach so, Verteidigung. Oder? Ich weiß nicht, Widowmaker oder solcher. Was willst du spielen, Euro? Mercy. Gut. Mercy. Boah, ich hätte auch so richtig Bock auf Widowmaker, ne? Ey, Kampffrosch, haben wir nicht mit ihnen schon mal gespielt? Vor langer Zeit? Ähm, wie heißt der Junkrat? Pimeloma. Pimeloma, was steht da noch untätig auf? Das steht ihm an der Abo. Die Lache von Rhein hat uns gerade gut gepasst hierbei. Okay, Gameplay und. Ja. Na, so geile Mensch. Warte. Das sind doch schon eine Gills. Grandma. Ich mache aber kurz die Erfindlichkeit vom Controller auf 200%. Wuuu. Euro, erkenntst du immer noch, dass ich mit Controller spiele? Wo bist du? Das sehe ich nur, wenn ich dich auch so sehe. Wenn du jetzt hier bist, kann ich es nicht sagen. Boah, ich finde diesen neuen Controller für den Xbox so überteuert, ne? Der mit dem, äh, ausztauschbaren Sachen. Identifizierbaren iPad. Ja. Hinter uns, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Tot. Da ist der Terror, hast du da hinten, aber ich kriegst ihn uns gekillt. Ey. Ich habe gleich schon meine Ulti voll. Euro, heil mich. Muss ja jemand anderem heilen, oder? Ich habe dich in dem Ziel. Deswegen solltest du mich heilen. Oh. Da kann ja nicht überall gleichzeitlich sein. Ne, weil ich gerade Fever unterholen wollte mit meiner Ulti. Boah, ich hasse ihn, die sind das auch. Das klingt doch aber nicht so cool. Kann ich denn jetzt nicht voll Beeilung haben? Ja, nein. Mann, Mercy hat mich gekillt. Schon wieder? Ja. Das ist eure gerechte, Herr. Ich werde dich hin, wie ich sie. Oh. Ihr war ab, dass ihr euch da geliebt habt, dann bin ich da. Yes. Janina, Sombra. Hehehe. Ja. Wie soll ich jetzt sein? Ey, ich habe gleich wieder meinen Ulti voll. Also, das geht heute schnell. Ich bin drauf, bis der Job erledigt ist. Herausgehackt. Perfekt, die ist dann am Bohnen. Das ist das Gute. Jetzt versuch sie wegzubekommen. Ich bin zu weit weg. Hinter uns. Soldier. Ist gehackt. Hat mich getötet. Und zeigt die Bestie. Ich habe das Gefühl, dass das Ding immer so gut heilt. Mercy? Ja. Ich gehe schon richtig, ich bin nicht nicht. Ich gehe schon richtig, ich bin nicht nicht. Ich gehe schon richtig, ich bin nicht nicht. Ich gehe schon richtig, ich bin nicht nicht nicht. Ich bin so ultra langsam. Oh oh. Ich gehe schon richtig, ich bin nicht. Immer fest, den Geruch! Danke, Lio. Kann sich auch reichen. Helden sterben! Jawoll, dankeschön. Raketenschild hochgefahren! Au, 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 au! Nicht gewonnen. Mir stirbt keiner weg! Mach halt unser Team, ey! Das gibt's ja gar nicht! Ausruhen kann ich, wenn ich teilen bin. Ich hab dich im Wersier. Hier haben wir nicht so viel hin. Zurück! Getüppelt raketet! Alter! Mann, Alter! Ich kann es vergessen! Abgeschlossen! Ah, Farrah muss sich zugeben, die war gut! Sag mich als Farrah allein! Okay! Seitenwechsel! Jetzt machen wir jetzt wie bei Return of Castle Rufilstein, ne? Einfach durchrennen! Ähm... Ist du bei Return to Castle durchgerannt? Das ist ne Beschreibung! Vom ganz alten Spiel! Hab ich damals immer gerne gespielt und ich werd einfach nur durchgerusht! Ne, bei Return to Castle haben wir immer alles ausgiebig gespielt und gemacht. Da hab ich mit meinem Bruder zusammengespielt, er hat gezockt und ich hab ihm zugeguckt! Ey, das war noch ein geiles Spiel damals! Das war mal schön! Jeden Abend hingesetzt! Ey, darf... Wer ist dein Bruder jetzt nochmal? Der eine ist 29 und der andere ist jetzt... ... 34. Nur wenn ich auch eins von dir kriege! Ich liebe dein... Und der, mit dem du gespielt hast, ist der... Jüngere. Jüngere. Jüngere von beiden. Der andere ist dann immer reingekommen und hat gesagt, Schwester, das ist nicht das richtige Spiel für dich und du hattest gesagt, du willst schlafen. Ja, das kann ich auch noch. Du mit 6. Ey, schon wieder ne Jean Quet-Falle hier vorne, ich hasse den Typen. EURO! Da hinten? Da? Hinter dir? Vor dir? Falle? Ne Falle vor dir! Ey, ist jetzt despawn bei mir. Wir sind sofort wieder da! 5, 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt! Okay! Eskortieren Sie die Pracht zu Ihrem Ziel! Wird später! Ich bin hinter dir! Da ist er geschützt! Da ist man gleich in die Kraft, in die Kraft zu Ihrem Ziel! Mach den Weg frei! Mach den Weg frei! Fein-Fellschuss gesichtet! Wunderschönlich! Oh, halt! Wir haben einen Gettverklass! Und anschneiden bitte! Ich bin tief-maß links aktiviert! Oh mein Gott, wir sind in der Gettverklass! Oh mein Gott, wir sind in der Gettverklass. Und anschneiden bitte! Wo ist das Geschütz? Nix Ist kaputt Danke, Euro Gehackt und tot Ich hack mal das Minipack hier vorne Doppel kill Niemand töttet unsere Janina Außer ich und Euro Bei GTA Und selbst dann mit ernsten Konsequenzen zu rechnen Mit ernsten, mit tödlichen Minipack ist gehackt hier vorne Konsequenzen zu rechnen Konsequenzen zu rechnen Konsequenzen zu rechnen Ich habe mit zwei Behälter in einer Doppel kill bekommen Das ist die als vierfach kill bewährt Ist auch schön Ich liebe Eurofighters Heilung Ach ja, wenn ich Medipacks hacke, einsammeln Dann kriege ich noch mal Heilung dazu Kompär und lasst euch stabilisieren Ah, ok Halb Konsequenzen zu rechnen das geschützt ist oben links auf dem gebäude aufgebaut was bist du? das geschützt ist oben links auf dem gebäude aufgebaut nein das andere wort ok die haben den sombra komm 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 so weit ist es nicht mehr weiter 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 nein reinhard hatte noch ein leben ein leben alter 50 eliminierungen empfänger aufgestellt geschützt kaputt 9er killstreak verletzt sich die verlacht nicht mehr die ruhe tickt zeig mir zu lieben ich mach meine fliege ich mach meine fliege nach 60 Sekunden ne komm Schatz müssen wir doch endlich mal schaffen was will er denn jetzt hier mit dem Torbjörn nicht mehr keine Ahnung unser Team ist bisschen durch nehm nehm feindliches geschützt wie ärgerlich wie ärgerlich ihr schützt voll los keins von rein der hat den der Torbjörn für uns den melde ich jetzt wegen Griefing nehm oh mein Gott warum haben wir immer Trottes in unser Team niederladen nehm hehehe Highlights des Matches tschüss nice pfff er hat euch aber du hast wenigstens mal wieder was geschafft mir stimmt ich liebe den gerachen Impuls Munition am Morgen boah boah und dann ist Eurofighter nicht mal da bei du hast locker mehr Scharen gemacht oder Euro melden Griefing Fiff Bronzenheilung da meld nur noch zwei Spiele Juhu Bronze ich auch 1.300 aber die haben das eh eh neu gemacht dass du jetzt auch genau 1.300 ne 1.351 ne wie hieß die Map die wir jetzt hatten ja was aber eh gemacht dass du jetzt schlechter eigentlich du wirst weil zu viele Gold waren und so weiter ja ja wie ihr gesagt meine ultimative Fähigkeit ist verrancht du hast immer mit Teams zusammengerufen wirst die als Scheiß sind steigst das immer weiter ab das ist noch weiter ab und das ist halt 2.30 bis du auch mal Glück hast und du niedrig der Suttenwässer wieder aufsteigen kannst wenn du wieder gute Teams steigst wieder auf müssen wir mal wieder Pech haben, das ist ein schlechtes Team erwischt. So geht es halt die ganze Zeit. Das ist bei uns immer so. Wir haben bis jetzt nur schlechte Teams gehabt, ne? Im letzten Ranking. Ja, also die Seasons schon. Ey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt dabei bin? Ich habe ja noch keine... Dann ist es für dich ein Ranglisten-Match. Gut. Also so ein Plattierungs-Match. Ich finde es eh über die Seasons-Match auch nicht. Bei Diablo sind die geiler. Ich zume mal ganz kurz an. Die Suche. Bier-Trinker. Wie viel habt ihr hier schon kennengelernt? Ja, ist das denn? In dem schon steht. Keine Ahnung, ja. Ey, alter, kommst du, Oberwurtsch? Äh, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Guck, der will nicht. Was für ein Level war der denn? 83 83 83, ich glaube 81 oder 86 Irgendwie sowas Ich wollte mir gerade 44 Sie betreten jetzt Hanamura Kakabuna Hoffentlich Verteidigung, jawoll Boah, was soll ich nehmen, was soll ich nehmen? Den Sombra, die ist gut hier Ach ja Boah, mit dem Bein kann ich am besten spielen, muss ich sagen Sombra und Diva Euro, aber stell noch zwei Geschütze bitte in unserer Zone auf Wo er verteidigen drinnen muss, ne? Ich hab' ich nicht geteilt, was lassen wir so Ich hab' geschrieben, oh no, I missed it Man kann alles hacken Und jeden Ich bin die weltbeste Sombra-Spieler Die weltbeste Sombra-Spieler? Ja, nach Janina Ja, nach Janina Ja, ich bin die weltbeste Sombra-Spieler Ja, ich bin die weltbeste Sombra-Spieler Ja, ich bin die weltbeste Sombra-Spieler Ja, okay, also ich soll ihn nach dem Match wieder einladen Moment, ich krieg' gleich ne Antwort Angreifer in 30 Sekunden, erwartet Da steht immer noch Punkt-Punkt-Punkt Immer noch Punkt-Punkt-Punkt Entscheide dich endlich Hör auf Punkt-Punkt-Punkt zu machen Ah, seine Grafikkarte geht immer noch nicht Er hat immer noch keinen Adapter Adapter? Ja, hätte er sich ne neue gekauft, jetzt hat er keinen Adapter für die Adapter? Ja Immer diese Korrektur Er hat keinen Adapter? Ja Er hat so geschrieben Ich hab so genug vorgelegt, wie er es geschrieben hat Adapter Er hat bestimmt Adapter da hinten Achtung, Weeper Ist gehackt Danke, Mercy Teleporter online Ich habe den Pfad geöffnet Weeper hat sich da oben aufgehoben Umgeblieben, ihn hab ich gesehen Ey, wieso kann sie immer noch fliegen, wenn ich sie gehackt hab? Autsch 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 Boa, seine Ulti ausgeschaltet durch ein durch ein Hack On fire! Europa, pass auf, klittert ihr ab! Rein, Harsnoof! Moment! Alle gehackt! Die können ihre Ulti nicht einsetzen. Die war gehackt. Ja, die hat sie total dumm eingesetzt. Hm, Lofi Annina. Fühl dich geehrt. Na, Reinhard, bist du vorbeigefroren an mir? Ja, bist du. Oh, wie süß, ein fliegender Reinhard. Na, Farrah, hast du gedacht, du kannst mich in die Luft jagen? Jetzt bin ich einmal gestorben und hab elf Kills. Ja! Ähm, Euro krieg ich ein Schild. Nice. Boah, das ist meine gute May. Nach 60 Sekunden. Einfach schönes Dauerfeuer. Ich mach's gerade nicht anders. Was? Achtung, Kai kommt von hinten drin welche. Von hinten. Engie ist da. Sanierter. Noch 30 Sekunden. Das ist ein Fieber hoch. Killstreak, 15 Spieler. Wuuu. Nicht schlecht. Ich hab vergessen über Minipacks zu hacken, ne? Du machst meinen Killstreak nicht kaputt. Oh, nein. Oh, nein. Okay, das ist gut, was sie diesmal gemacht hat. Die Ulti war gut eingesetzt, oder? Ja. 15 Spieler, Chris. 15 Spieler. 9. Ich bin gestorben einmal. 15-0. Das ist ein Dicer. Ich nehm nochmal Sopra. Ich nehm nochmal Sopra. Wählen sich neuen Helden. Ey, wenn ich immer Fall mal vom Gegner runterhole mit Hacken, ne? Kannst du ihn vielleicht wegbomben, oder? Euro? Nehm Soldier. Nehm Soldier. Nehm Soldier. Nach 10 Spielern war ich on fire. Dann ging's richtig ab. Scheiße, wenn du diesen Schatz nicht hast, mehr Schaden machst. Das wär auch noch geil, ne? Man kann alles verkämmen. Und jeden. Du hast einen guten Geschmack. Unsere Mercy ist richtig gut, muss ich diesmal sagen. Ja, die hat mir eben so geholfen. Ey, wir auch. Das kann mich auch nicht beschweren. Unsere Mei hat was Gutes getan, obwohl sie kurz nen Iceberg-Card vorgemacht hat. Sonst hätten die uns doch noch überrannt. Und ich hätte meine Ulti nicht voll bekommen. Und seid keine Ecke? Euro. Geilste Ulti, oder? 30 Sekunden. Meinst du, geilste Able-G? Hast du gehört? Ja. Nein. Wo ist die Anina? Ach, da oben. Warum? Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Achtung, da oben ist Wetschen. Nein. Euro. Ja, schon gesehen. Die haben wirklich so zwei Geschichten. Ich bin jetzt verstört. Boah, er hat nichts anfänglich gemacht. Die haben einen Torpyo. Euro, nicht da lang! Ich hab nur einen Torpyo. Ich hab nur einen Torpyo. Ich schnappe mir das Ziel. Los, Bewegung! Ich hab sie runter geschlüpft! Nein! Kommt, Leute, das kriegen wir! Jawoll! Ey, die haben nur Verteidigungszellen, ne? Schon mal aufgefallen? Jawoll! Los, 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 los! Nein! Alter, was für ein Sieg! Endpunkt ist, greifen Sie Zielpunkt B an! Endpunkt ist, statt greifen Sie 1! Greifen Sie Zielpunkt B an! Zu Null! Okay, jetzt werde ich den Nester halten. Ready? In der Bücher, alles ready! 8 Euro! Weißt du eigentlich wo? Hallo! Hallo! Da hat ich sie runter geschlüpft! Jetzt will ich ja Nina, ey! Ja, jetzt will ich Eurofighter! Boah, da hat sie 44%! Hat sie eine 44%! Ah, das ist schmerzig! 1 und 100%! Someone else invited me to this group just now! Habt ihr ihn eingeladen? Habt ihr ihn eingeladen? 3 beim bahn bahn ansofern ja noch ein rangspiel wo stellt ihr vor wenn ihr eine niederlage am ende haben dass wir nochmals von vorne machen müssen also kann man nicht einmal wieso wenn man nicht ich lade becker ein ich will nicht dann wird man verlieren ach, wecku was nicht, wecku aber in schultern ist er glaube ich nicht aber ist ein guter strategischer ich spiele auch das selbe oiter supreme commander ne wo 4 gegen allen gegen gespielt hat wie uns fertig gemacht hat ne wäldern sie ihren hälber um verteidigung JA naja ich nehme vedo maker hier mit der hat voll gut abgeräumt wir brauchen aber eigentlich nur einen börs äh mit diva willst du nicht lieber diva spielen? ok ich bin so ne kleine diva das war so klar ach komm ich hab keine lust am dienstag wieder zu arbeiten ach komm, darfst du schon ohhh drei wochen überstehst du schon mal denk einfach danach kannst du wieder richtig schön zuchten mit uns ok wenn ich die drei wochen rum habe ist der dezember vorbei Störung die die Omnics hier angerichtet haben erinnert mich an zu Hause so ist mein Gedanke hey du musst wirklich nicht wenn du Urlaub hast noch mal zu arbeiten nur weil der eine Meister noch mal die Unterlagen haben will wie blöd sind die da manchmal angreifer in 30 sekunden erwartet schaut euch dieses thema das wird doch ein spaziergang für uns und wie geht es hier so da unten grüße grüße das ist doch immer noch das beste ne das ist doch immer noch das beste ich sehe alles was schlimmer ist als alles was ich kenne als alles was ich hasse ist dabei haben wir irgendwas zum heilen haben wir irgendwas zum heilen oh hier ist der blonde Skin Janina von Sombra mit den blonden Haaren Nein weeper 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 Ich kann nicht besser gegen Raketen jetzt verteidigen mit DIVA, ne? Also wenn die Raketen kommen, sag Bescheid! Geiß. Ulti bereit, ich setze mich jetzt hinten hin. Ich hab gesagt, wenn Raketen kommen, kannst du Bescheid sagen. Ja, dafür war Symmetra zu stark, wenn ich das überleben konnte. Und bei Jero! Beste Symmetra überhaupt. Hä? Feindliche Symmetra? Äh... Ah, wenn's nicht? Wir müssen gleich genauer auf! So einfach kriegst du mich nicht! DMP aktiviert! Ja! Hier kommt ihr nicht los! Jetzt, ich hätte seine Ulti! Da haben wir da vorne, das nachher die Flüte nicht hinzuzuf'n. Jetzt wird's müssen! Ja, Nina? Oh! Die sind durch! Bitte sehr! Kuro, 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 Kuro! Yes! Yes! Genau beim Sprung von der Maxus, dann hab ich dir mal die Ulti eingesetzt. Gleichzeitig. Sehr schön. Gute Teamarbeit. Ich hab schon wieder schon Waffels fliegt. Nein, jetzt nicht! 10er. Zeit, meine APM anzunehmen. Sicherheit für alle. Zurück zum Absender. Die Zentimeter hat sich aktiviert. Jetzt ist die Pharah. Warne Pharah. Iva. Nein! Hab ihn! Hier, hinter dir! Ja! Wie meine ich? Ist geil aus der Skin, oder? Jawoll! Niiiice! Abgeschossen! Das ohne die Ulti zu nutzen. Fünfzig. Fünfzig. Äh, fünfte Eliminierung. Achttausend Schaden. Ich hab nicht mal meine gesehen. Ich nehm nochmal D.Va. Dann werden sie ihren Helden. Euro, nimm zu Mercy. Wir werden mit Sicherheit jetzt ein Dings platzieren. Gut. Ab und zu mit der Pistole schießen. Das hast du von mir gelernt, ne? Nicht nur Heile. Ja, aber hier kann man es selten, weil du immer am Heilen bist. Das hast du von mir gelernt. Ja, aber du sagst, man kann das schneller seine Ulti feuern. Einmal, zweimal mit der Pistole auf dem Gegner feuern, dann hat das schon paar Prozente mehr als mit Teil. Wir kommen drauf an, wie wichtig gerade die Heilung hat das gemacht. Ja, aber wenn jetzt Reinhard... Okay, wir haben keinen Reinhard, also das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn ich jetzt mein Schild mache, kannst du ab und zu mit einer Pistole schießen. Ja, wir gehen nur ein. Wir haben nur ein Intentions. Ja, wenn ich das hier mache, Euro. Wenn du hinter mir bist, hast du ab und zu... Ja, aber Heilung wäre auch nicht schlecht. Mir ist wurscht. Probier erstmal mit Mercy, weil wenn ich weiterkomme, kannst du Schrankwetten nach der dritten Minute nehmen. Ich komme jetzt dadurch aber keine komplichtige Zeit. Ich finde den Skin zu geil von der. Oder? Weißt du, was für ein Zeitpunkt du bist? Gar nicht, dass ich mit der rechten Maustaste fliegen kann. Da kannst du auch. Ja, Nina, es ist Hasen-Time. Ich will eigentlich auch meine Analog-Tasten mal belegen an der Maus. Spielst du mit Maus? Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ich bin jetzt von der Tastatur. Das ist bei Shootern gehört. Oh. Wir haben einen Geschütztraum. Ja. Mehrere. Selbstschutzanlage 1 ist kaputt. Geschütztraum ist kaputt. Wir können kommen. Wir müssen uns zeigen. Oh Mann, ich hab doch mal gehört. Wo geht das Spiel? Ich nehme die Funk rein. Ich höre die Wunderschützung. Oh, okay. Ich schichere den Funk. Ach die, wie schluss ich da wollte? Mach. Mach. Wo ist unser Team eigentlich? Ich darf das wieder da rein. Ich hole mir jetzt den Funk. Scheiße. 14 Kills und 1 tot. Danke. Geil. Aber jetzt weißt du, was ich mit der Pistole meine. Die. 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 Wo steht denn das Geschütz? Genau hier vorne. Ist weg. Ich hab's gerade gehört. Aufteilen! Ich weiß, es gibt zwei Teile dahinter. Wir müssen warten. Hinter der Mauer. Sind weg. Wir müssen uns warten. Ja Nina, wartest du auf mich? Da komm ich mit dir rein, vorne. Über die Mauer. Wo ist denn diese Mauer, wo du rüberspringen kannst? Die Mauer ist ein feindliches Geschütz. Erster kaputt, zweiter kaputt. Kein auszusteigen! Warum ist das schwarz? Oh mein Gott. Müsste fast kaputt sein. Oh, diese Sch... Ja, sterben! Ich konnt nix machen. Boah, danke. Euro Teleporter in der Kirche. Willst du mitkommen? Ich bin, ja. Zusammen könnten wir es schaffen, ich war schon Punkt drinnen. Aber das sind zwei Geschütztürme. Ein drittes. Und das war's. Der Deutscher musste die Schütztürme wegmachen. Nein! Mein Boost, mein Boost hat aufgehört. Mittendrin. Wir haben einen Teleporter! Wir fackten das nicht, oder? Ey, wie viel hält der Teleporter aus? Ist kaputt. Ich war drinnen. Ich hatte die Teleporter kaputt gemacht. Oh, ich bin doch gerade immer... Du, ich schreie. Der Sorge ist ziemlich schlecht. Der hätte den Ur-Beschütztürme längst weg machen müssen. Der stand immer noch. Ich hätte nicht noch solche Spiele sollen, ey. Ich kann nur sowas lassen. Äh, unentschieden. Ich find's immer geil, wie er's einfach bei uns selber rot ist, ne? Highlights des Matches. Verschmolzener KERN! Guck mal, jetzt eine Seite vom Geschützt-Pack sich voll in die Wand rein, ne? Jaaa... Ja, Nina. So... Man... Briefing... Behinderung... Extreme... Ineffektivität... Zählt als Deutscher... Zählt als Deutscher... Zählt als Deutscher... Zählt als Deutscher... Bamm, Baby! Nur noch 5 Level bis zur 50! Oh, 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 oh... Ach, jetzt auch schon Randlistenpunkte? Ist mir gar nicht aufgefallen! 258! Lootbox öffnen! Ey, bei mir sind's nur noch Money-Lootboxen, ne? Ich krieg immer doppelte Sachen! Und Sombra mal wieder aufm Bildschirm! Ich hab Saria drauf! Welche Map war denn das jetzt? Eichenwald, die wir gespielt haben, ne? Hm... Moment mal, hab ich da überhaupt Mercy gespielt? Nee... Hm... Da wäre ich kein Highlight da... Ach, Mann... Du nimmst die Serp... Weil das wir den Stuhl nicht weggekommen haben, das hab ich halt irgendwie gewundert... Ah, der ist Deutschland immer drauf geschossen, weil entweder hat er nie getroffen... Der ist ja der Raketen irgendwie auch nicht benutzt... Ey, wenn ich mit D-Wang geschützt von der Reichweite ganz weit hinten mit 100% weghole, ist das schon komisch, oder? Mit 100 Schadenspunkte... Was wird für 100 Schadenspunkten? Äh, du siehst ja, wie viel Schaden man an Gegnern gemacht hat, wenn er stirbt, ne? Ich hab das Geschützt dauernd mit 100% weggeholt, viermal hintereinander... Er hat gar nicht mehr das... Da hat er das Geschützt nicht einmal getroffen... Ich kann das Geschützt halt auch nicht so schnell reparieren, wie es manchmal Schaden bekommt, aber... Mhm... Das Problem ist, wenn der halt irgendwie nicht... ...nicht trifft... Naja... So, Janina... Pink's in Hintergrund, ne? Man hat halt einen Schaden... Man hat einen Schaden... Oh, ja... Schützt... Ah! Ne, ich seh nur Sombra hin beim pinken Hintergrund... Zauberin... Schrecken des Herrn... Zerg... Ah, stimmt! Ah! Die Blonde! Das ist WoW! Janina... Das ist wahrscheinlich eher... World of Warcraft-Charakter... Der ist jetzt Janina... Okay... Janina... Isch! Ankunft in DORADO! Och komm schon, Schmiher! Hm, DORADO! Und jetzt sind 60 Stillpunkte höher! Das letzte Reden müssen sich jetzt 60 Stillpunkte aufsteigen. Wählen Sie Ihren Helden! Reinhardt wäre ganz gut. Haben wir doch. Euro, die Double Tank Taktik mit dem Schild. Will er denn zwei Healer? Why? So, reporten. Hier zwei Healer. Der Hustholscher ist auch ein guter Heiler. Das muss ich jetzt sagen. Der Hustholscher kann gut heilen. Denkt an euer Tränen. Ich brauche einen an der Sitzposition. Ich weiß, es ist okay so. Es ist kein English, aber es ist gut. Hey, hier ist eine Gitarre. Ich kenne das Problem. Ja, ich habe sie zerstört. Angreifer in 30 Sekunden. Eine Gitarre war hier. Sie hat Bumm gemacht, dann habe ich sie zerstört. Ich habe es Bumm gemacht, dann ist sie weggegangen. Keine Sorge, Freunde. Ich bin euer Schild. Ey, es wäre so geil, wenn ich hier den besten einfach rübertransportieren kann mit meinem Schub, ne? Hallo. V username, oder? Angreifer Nähe Ansicht. Ej, ich mache gerade so viel Schaden. Schausendschild, 806, 1500, 400, 200, 200 Meiner ist weg Da, da Wer hat mich denn, jetzt hat mich Lusho runtergeschubst Ich war eigentlich nicht schubst Was? Ja, ich steig auf der Mech aus, er setz eine Ulti davor ein und ich sterb trotzdem, weil ich nicht treu bin Sie cheaten doch Ich glaube, Faber wäre besser, oder? Hm? Faber jetzt Weil die sind immer sehr dicht einander Bitte sehr Oh mein Gott, schon wieder Jadina, hinter dir Danke, Euro Ich hab meine Ulti Was machst du da? Wer? Du? 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 Du keuchst rum und haust auf eine Verfuhr rum Ich nicht Natürlich, du! Ich steh'n Ich steh'n Ich steh'n Du? 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 Zeit für Plan B Äh, Besten? Mhm Boah, Fahrrad ist wieder gestalt Oben kommen sie Ich bin gerade böse Er hat nicht viel erledigt, ich hab ihm den Weg gestalten Öff Also früher konnte ich das mit Neck besser time Er hat nicht viel erledigt, ich hab ihm den Weg gestalten Er hat nicht viel erledigt, ich hab ihm den Weg gestalten Ey Wieso kann die mich immer töten, wenn ich aus meinem Mech aussteige? Ja Oh oh Ne, ich hab nichts So wie ich jetzt gesehen habe Ja, guck Nein, nein, nein Ich bin so weit Jetzt wird's massiv Noch 10 Sekunden Wie haben wir uns den Tag? Nein Hey, das gibt's doch nicht so richtige monster zerstörung er nervt mich für das blöde schmerzen sie melden ja nina welcher hält wir jetzt am besten schwierig sombra sollten sie besten oder sowas haben würde er mit seinen nerviger rei mit den hieler hieler ein mehr man kann alles ein erneut selber hieler ne soll doch selber hieler nehmen ja hier nichts ja soll ich mal kacken dreist sein wir haben es vorhin auch mit drei dps geschafft ne du bist nicht mehr der jüngste niemals die kämpfe bis zum nächsten abend warte mein spruch ja 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 ich begleite die wacht ja 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 ich bin mir nur mut machen ich treue gleich sein ja ich treue gleich sein face aber so richtig ich ja ja mit besten hier rein feuern das können wir auch ne die besten sitzt oben in der ecke heilt sich wo oben oben hinter der mauer oben hinter der mauer wie ganz bestimmt schütteln und sterben ich hab' ihn doch nicht wer ist schon kaputt Oh, hinter uns! Hinter uns. Oh, okay. Warum stehen die Bons am Spawn? Weil der Spawn Camper sind. Am meisten McQueen, der steht ganz in der selben Ecke und wirft ganz halt seine Scheißdinger. 2 habe ich mitgenommen. Super. Wir brauchen nicht Damage. Dann werde ich gleich einen anderen Charakter nehmen. Ja, Niener, darf ich mal selber spielen? Ja. Ich beschütze die Unschuldigen. Halt die Fresse, du Kack-Buhn. Mein Gegenschild hochgefallen! 3 wieder weg, ich komme wieder vor. Taktisches Visier aktiviert. Ich habe irgendwie noch nie Fever gespielt. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Weiter, 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 weiter. Ich habe aber auch noch was Schönes für euch zur Verstärkung. Aber ihr sollt mal die Fresse halten, wie vor. Ich bin gleich so schlecht als ich selber. Grüß dich, Mohand! Hej, ich bin gleich vollstus schlecht! Wie geht's nirgends vor 11.75 Jahren? Ähm... Oder? Als Femmer bin ich nicht mehr so schlecht, jetzt. Okay. Wir wollen, glaub ich, jetzt im Antilles Press schon, oder? Ja, schon. Weißt du was, wenn der Deck wäre Trollin? Na, eine Typ, ne? Soll das ruhig denken. Dann sollte er mal richtig spielen. Unserer Diva spielt einfach schlecht. Ja. Ich bin der bessere Diva. Ja. Wenn ihn halt, du brauchst dich nicht heilen. Ich heil dich nicht. Ach, da bist du. Ja, ist gut. Ich wollte nur deinen... ...Postit... ...den erleichtern. Ne, ne. Hey! Du erleichterst meinen Postit, den du gefeuerst. Schaden machst. Ach, vor mir ist Reinhardt. Der ist jetzt tot. Oh, Scheiße. Scheiße. Ja. Mann, was ist los. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Job, you know. Boah. Ja. Boah. Boah. Das ist so gern krumm, gar. Hm. Wie viel haben die eigentlich gestern eingenommen an ihren Spenden? 300.000. 300.000. Gar nicht mal so schlecht. Am Ende waren nur noch Hashtag Panik, Hashtag Panik, Hashtag Panik. Ich petel dich wieder aus. Warum halten wir? Lassen die Blei freshen und weg die Fert. Ich hab mein Ulti. Das ist eure gerechte Strafe. Ah, Heinrich. Was? Ich hab's zuhause. Ich hab's zuhause. Sie geht nur. Sie geht nur. Mann. Ich bin auch gut. Sieht auch. Ihr müsst trotzdem lassen. Das deckert sich im Spiel auch gut. Ich bin völlig schlecht. Oh, oh, wir haben Zeit. Wir haben das geschafft! Ulti bereit. Jetzt komm ich wieder. WMT, der Stormy Team. Mercy ist tot. Der Stormy Team. Scheiße! Scheiße! Oder sind wir wieder wieder gefahren? Alle angehittet. Scheiße! Nein! Ja, Diva hat mich noch bekommen. Oh, mir reicht's. Highlights des Matches. Heute irgendwie voll oft hier soldier, ne? Das war schon gut. Ja, aber da siehst du's. Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin Tank, ich kann nix anderes. Oh, ich bin ein Tank, ich bin so blöd. Ich hab nicht Albert seinen Hammer-Move gesehen, ne? Diesen Strahl, den er machen kann rein. Ha, zeig ich nicht einmal von ihm gesehen. Pfeuer macht schon ein bisschen Spaß, muss ich es zugeben. Wie viele Kids hab ich mit da gemacht? Zehn! Ich hasse den Oberross. Das ist einfach nur Müll. Ich hasse es echt. Es macht einfach keinen Spaß. Oh, nochmal 3 gegen 3. Bis soll nur gegen Vollpfosten .. …